Jetzt sind wir hier für Brücke, Steine und dann mit Gleister und dann passen wir hier drauf. Okay, und Niklas? Also ich Gleister hier gerade und... Ich rieche schön nach Gleister. Hab schon fast alles geklappt. Gleister, wer hat das alles genommen? Wer war das? Nein! Wer war das? Also ich hatte eben die... Ich hatte eben...